Servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge Alters Live, diesmal vor dem Intro, weil bei der letzten Aufnahme Alters Live für mir leider ein Fauxpas geschehen ist, dass ich meine Stimme nicht mit aufgenommen habe, weil ich diesmal nur mit Fraps aufgenommen habe und da ich die Einstellung nicht geändert habe, beziehungsweise ich dachte ich habe sie geändert und dann doch nicht geändert und deswegen ist die Aufnahme von meiner Stimme nicht mit dabei, weil ich Audio City nicht geöffnet habe, weil das alles ziemlich schnell gehen musste. Ja und jetzt endlich ist es nicht wirklich sonderlich tragisch für euch, weil ich mich in dieser Folge ziemlich zurückgehalten habe, weil es ein Event war und wir hatten unsere Bosse, wenn man das so sagen kann von der Mafia, die den Einsatz geleitet haben und koordiniert haben und deswegen habe ich mich etwas zurückgehalten und habe nicht so viel gesagt. Ich glaube es waren zwei oder drei Sätze, wenn ich mich nicht irre und ihr werdet da sehen an der Stelle, wo der Satz kommen sollte, werde ich dann angesprochen, beziehungsweise ja auch so und her. Ja ich glaube ich sage irgendwie einmal, ich bin hier im Haus und ja ich renne und hole mein Heli raus, also was anderes war da jetzt nicht, also war jetzt nicht sonderlich groß und problematisch, dass jetzt meine Stimme fehlt. Ich hoffe wir kommen trotzdem damit leben und diese Events werden jetzt öfter stattfinden und ich werde mich jetzt bemühen öfter oder alle Events mitzunehmen, wenn das geht und wenn ich zeitlich das hinkriege. Aber wir haben jetzt auch ein neues Special, weil der Ultra jetzt sich auch Arma 3 geholt hat und gleich mal seine Karriere als Polizist gestartet hat und jetzt als Polizist sich ausbilden lässt und die Folgen werdet ihr jetzt natürlich auch immer sehen. Ich habe gerade nochmal mit ihm geschrieben, dass er daran denkt, dass er auch die Ausbildung des Polizistens mit aufnimmt und ich sollte dann auch in der nächsten Zeit wieder ein Video von ihm kommen. Wir hatten eigentlich auch geplant, dass Blacklight als neues Projekt kommt, aber das wird jetzt glaube ich ein bisschen erstmal nach hinten geschoben, dadurch dass wir jetzt erstmal mit Arma ein bisschen Termine haben und da ein bisschen spielen wollen und euch das ein bisschen zeigen wollen. Also haben wir da jetzt erstmal noch ein paar Videos, die oder ein paar Wochen Videos für euch, was ihr euch angucken könnt und ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel reden, weil ich mache hier schon wieder ein halbes Infovideo draus. Deswegen wollte ich jetzt einfach sagen, war es das jetzt von mir? Ich bin jetzt ruhig, ihr seht jetzt die Folge und die ist dann so ein bisschen abrupt zu Ende, wo ich dann auch gestorben bin. Aber zum Beispiel zusammenzufassen, wir gewinnen diesen kompletten Auftrag, den wir dann dort bekommen haben und ja, ich halte jetzt einfach meinen Mund und Intro ab. Ich hab mich jetzt so stationiert, dass ich sehen kann, falls, ähm, Fahrzeuge kommen. Ähm, fahren die jetzt schon los? Ja, die sind schon losgefahren. Ja, die sind schon losgefahren, also... Wie lange braucht die sogar noch geschätzt? 2 Minuten? Also aufnehmen tue ich jetzt auch, ne? Warte mal. Okay. Okay. So, dann sind wir jetzt hier mal... Also das wird hier jetzt etwa... Wollen wir jetzt mal auf der Karte gucken? Na, wenn die die Hauptstraße von Kavala langfahren... 15 Minuten sind die da. Wie meinst du? Ja, die fangen ja ein bisschen... Ich weiß nicht, ob die sich an die Geschwindigkeit halten. Ja, wir haben ja keine Ahnung, was die alles fahren. Das stimmt auch. Also, äh, denkt daran, zuerst auf die Reifen schießen, ne? Und ich würde sagen, sobald jemand aussteigt, würde ich sagen, sobald jemand aussteigt, töten. Aber erst mal versuchen, die Wagen zu... Äh, hier kaputt zu machen. Das ist schwer, weil wir fangen dann... Ja, ich meine... Und was passiert, wenn die ganze Action hinten bei uns abgeht? Dann kommt ihr zu uns, oder wie? Nein. Riedelt die Vorhut. Ja, wir bleiben auf Position. Wer ist denn eigentlich hinten? Hinten sind die im Ifrit, wa? Jo. Waren die okay. Und die fahren dann zu uns, wenn genau... Ich spende den Weg auf sowas. User disconnected from your channel. Was gegangen? Justin ist disconnected. Justin, glaub ich, wird er auf Kava. Ja, Justin. Sind noch alle da? Wo war Justin? War der bei uns hier? Nein, er hat Verbindung verloren. War Justin hier bei uns? In der Passage? Ja. Also es sind jetzt Chris, Thorsten, Daniel und Brian. Ach ja. Ne, im Moment. Georg gibt's ja auch noch. Äh, was ist passiert? Äh, Verbindung verloren. Hast du ein Helikopter? Ja, hab's gemerkt. Also es ist auch die Verbindung zum Spiel verloren? Also dies Ding? Ja, ja. Seit 19 Sekunden keine Nachricht, aber ich bin wieder im Spiel drin. Hast du ein Helikopter? Ich nicht. Gut, nicht, dass du jetzt irgendwie auf einmal weg wirst. Also bist du jetzt noch hier? Okay. Ja, ja, bin ich noch. Ne, wenn ich hätte... Das bin ich... Bin ich wirklich, Alter. Und wer sitzt jetzt in den Häusern? Justin, Forever Gaming und ich, oder was? Ich bin auch noch in... Also ich bin hinter dem, äh, ich bin hinter dem Hammett, äh, weil ich, äh, also ich hab die ganze Hauptstraße im Blick. Das ist auf dem Berg. Ne, ne, man kann davon nicht in die Stadt gucken, weil die Häuser hier alle vor der Straße sind. Und ich werde dann den... Ja, ich sehe, wenn sie kommen, glaube ich. Aber ich sehe das nicht, also ich sehe das wahrscheinlich zu spät, weil ich sehe die erste Marktplatz, wenn die da über, die diesen kleinen Hügel da kommen. Ja, ich sehe ja, wenn sie noch in die Kurve, bevor sie in die Kurve gehen. Ich sehe die auf der Map, die haben einen Hummingbird. Also ich würde jetzt mal sagen, ne? Wir sollten... Wir sollten... So, die haben einen kein Hummingbird. Wir sollten jetzt Eos Schüdersicht machen, damit wir das besser überlegen. Er kann sein, dass die uns dann halt mal aufstecken oder umfahren. Mach mal aus und steck aus. Mach den Motor aus. Ist schon immer aus. Ich? Oder? Er meinte Alex. Ja. Nein, die müssen wir mal auf der Straße nehmen und dann war das jetzt nicht so gesagt. Weil wir nicht, dann haben wir jetzt schon verloren. Ich glaube, der Hummingbird hat uns beide auf jeden Fall schon gesehen, oder? Ey, die kommen schon, die kommen schon. Die umfahren die Stadt, die umfahren die Stadt laut, äh, Karte. Super. Ja, die sind in der Kurve. Ne, einer platziert sich irgendwie... Ach, ne, oh, die Backen fallen rum auf die Karte. Ja, die Backen fallen auf die Karte. Der Hummingbird kommt. Sollen wir den Hummingbird abknallen, oder? Nein. Die ist denn doch, oder? Okay, jetzt fahren sie weiter auf der Hauptstraße. Es sind drei Fahrzeuge. Soll ich jetzt hier schon so machen? Warte, schreit, zwei, losfahren. Dann hoffen wir mal, dass das auch alles so funktioniert, wie wir das geplant haben. Hast du abgeschlossen? Ja, na klar, aber ich hab, ich hab das Gefühl, dass sie, dass sie ausweichen können. Ja, hab ich auch das Gefühl, dass sie das umfahren wollen. Ich mein den Hammett. Dann müssen wir sofort auf die Reifen schießen. Weil bei mir parten die gerade irgendwie auf dem Feld da hinten. Sie kommen, sie kommen. Einer fährt gerade durch. Einfach, einfach. Schießen? Ja, abschießen. Feuer frei, Alter. Wir fahren vorbei, Alter. Wer ist jetzt mit den Ifritz da hin? Ach, fuck. Dann fahren die in Ifritz. Die sind jetzt vorbeigekommen? Ja. Wow, ich schieße krass. Los, alle sofort in den Ifritz und weiter. Fuck, Alter, der ist nach vorne gezogen. Lasst mal die Ifrit, lasst mal die Ifritz. Wer ist da? Los, fahr los, fahr los, fahr los. Ich bin einfach nur gerade aufgefahren. Bist du drin? Ja, ich würde sagen schon. Ja, was ist mit mir? Alter, fahr mich nicht um. Hier, ihr habt jetzt ernsthaft nicht hingekriegt, die aufzuhalten. Ach, es sind jetzt drei drin. Tut mir leid, Alex. Nee, hä? Hä? Ach, egal. Seit wann passen da mehr rein? Ja, hinten passt noch einer hin. Hinten passt noch einer hin. Lol. Ja, ich sag mal. Bei wem sitze ich hier gerade eigentlich im Auto? Seit wann passen fünf Leute in den Ifritz? Seid ihr jetzt alle in einen Ifritz? Fuck. Wie singt? Nein. Gar nicht. Ich schau gar nicht gerade rum. Wer fährt jetzt gerade vorweg mit dem Ifritz? Ich mit Irgendwann. Ja, ich bin bei dir irgendwann. Alter, Mann. Du musst jetzt so schnell fahren und die dann irgendwie rammen, dass die von der Straße kommen. Mein Auto ist weggepackt. Ja, lass einfach das Präsidentenfahrzeug rammen. Mein Auto ist in der Mitte, ne? Ja. Ich will den nicht mal. Ich glaube, die geben gerade voll. Doch, die sind da vorne noch. Ne, doch nicht. Doch. Alter, fuck. Ja, wir sind schneller. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich verkackt. Weil ich da eine kleine Lücke gelassen habe. Jetzt mal eine Frage. Seid ihr alle in einen Ifrit? Ja. Ey, warum? Da stehen noch mehrere, oder? Ja, mein Ifritz ist schrofft. Das hat ja zu lange gedauert und der ist außerdem zu. Sind die da vorbeigekommen? Ja, hab ich verkackt. Weil ich habe da nur eine riesige Lücke gesehen. Dann bin ich weiter nach vorne gefahren und habe nicht mitgedacht, dass da hinten auch noch eine Lücke ist. Der Helmet hat einfach nicht gereicht, um alles zuzumachen. Ja. Geil, Alter. Mein Auto ist durch die Dingsgepackt und war kaputt. Das Problem ist, wir können die jetzt nicht mehr einholen. Doch, die holen wir gerade ein. Äh, sind wir schneller? Ja, ne, Ifritz sind schneller als Santa. Ja, wir können weiterfahren, wir können weiterfahren. Nee, oder auch nicht, doch, können wir. Ifritz sind schneller als Santa. Scheiße, doch. Ja, aber die haben auch einen Ifrit. Fuck, was trägst du aus? Ja, weil der Hand hat, ey. Rechts von uns? Warte, ich wechsle eben meine Waffe. Könnt ihr den nicht kaputt schließen oder so? Nein. Ich ram den, ne? Ich ram den. Dreh nicht. Ramm den nicht. Ramm nicht. Zieh vorbei. Hast du ihn repacket? Ja, ich bin so von der Seite kicken, dass er sich will. Kacke, ich habe keinen repackt, doch habe ich. Zieh einfach vorbei, Mann. Da ist nicht der Präsident drin. Nein, nein, ihr ramt den Ifrit. Ramt den Ifrit. Den Ifrit ramt, aber nicht den Hunter. Wo ist der Ifrit? Weiter nach vorne fahren. An den Hunter können wir eigentlich vorbeiziehen, weil wir schneller sind. Boah, Georg, verpiss dich. War das nicht abgeschwollen, dass wir ihn irgendwie anhalten dann und dann schießen und nicht einfach durchbrettern, wie auch immer? Georg, lass mich nicht vorbei, die Fotze. Ah, fuck. Georg, die sind sie da. Wie soll ich jetzt an ihm vorbeikommen, verdammte Scheiße? Rauchen wir ihn einfach weg. Wir können ihn nicht weg. Das sagen sie so leicht. Nein, fahr einfach an dem Typ vorbei. Nein, Alter. Fuck. Hat er euch auch weggefetzt? So, abknallt. Ey. Der steht noch. Was ist jetzt der Fall? Alter. Gebackt. Gebackt, toll. Ach, so ein Scheiß. Ich sterbe immer am Bugs in so einem Kack, Alter. Stronenwitz. Alter, weg von dem Ifrit, der explodiert gleich, ne? Ja, ich komme von hinten mit neun Ifrit, die können einsteigen, wenn ihr wollt. So viele wie reinpassen. Ja, bin ich auch doch. Ich komme noch rein. Ja, verkackt. Also, ich sehe noch niemanden, der kommt. Da, doch. Alter, so eine Scheiße, die kriegen wir nicht mehr. Nee, kriegen wir nicht mehr. Oder soll ich weit durchfahren? Einfach probieren, schnell alleine. Ja, mach einfach. Sind die da eigentlich an der S-Kube vorbeigekommen? Ich hole mir jetzt noch mal einen Heli raus, guck mal. Ja. Ach, macht keinen Sinn. Ich fahr mit Auto und Öl. Welche Polizeistation denn? Die Polizeistation im Pilgross oder was? Ist nicht die Polizeistation. Keine Ahnung. Weiter. Weiter laufen. Ja, macht das. Weil jetzt mein Mohawk rausfällt und so, dass sie den hier abknallen können und so. Quatsch, brauche ich aber auch noch keinen Mohawk. Dürfen wir trotzdem noch überfallen, wenn die schon in einer Polizeistation sind? Ey, gerade könnt ihr ideal die Banken überfallen. Ich meine, wir leben ja noch. Hä, wo sind die denn lang? Ich kann nicht heilen, wenn du willst. Alter. Alter. War ich gerade richtig? Der Hummingbird, der schwebt hier immer noch rum. Ich frage mich gerade auch, ob wir richtig fahren. Wieso kann das nicht einmal klappen? Alter, bei mir sind die komplett falsch. Nieso sterb ich immer am Mann? Bei mir stehen die einfach irgendwo da hinten auf dem Feld rum. Also mich fand es immer noch, wieso die da nicht einfach nicht direkt geprellert sind? Was ist da passiert? Eigentlich müssten wir einfach mal so sagen, einmal müssten wir, wir dürften nicht so kompliziert denken. Ja, aber warum haben die denn noch durchgeprettet? Ich war ja nicht in der Stadt. Habe ich einfach das Fahrzeug weggeschoben. Da war eine kleine Lücke und die haben sie dann halt ausgenutzt. Der Hammett ist, ich glaube, der ist noch ein bisschen durchgeprettet oder so, habe ich nicht genau gesehen. Und dann konnten die anderen ein leicht durch. Wo sind sie schon, Yannick? Wir haben sie wieder. Äh, da hinten fahren die ja schon. Eigentlich zwei Automachie sind die gleich. Was ich nur ein bisschen doof fand, ist, die halt nicht so kolonnemäßig. Einer ist das Land gebrettert, dann kam der, na 10 Stunden später kam dann der andere und so. Naja, aber so halt so riesig Habstand. Ich weiß immer noch nicht, wo jetzt hier in der Stadt, ach da. Ich weiß immer noch nicht, wo in der Stadt jetzt eigentlich richtig der Dings ist, die Polizeistation. Garage, Handwerk, Get-Vehicle. Jetzt bauen ich auch noch deinen, ne? So, dass die... Nein, jetzt mein... Warte erst mal, nee, nee, erst wenn er weg ist, meint er. Ja. Kommt noch jemand bei mir rein, oder? Uuuh. Seid ihr beide Suizid-Gefährdet ist? Wir sind beide ein bisschen Suizid, ja. Wo sind die verfickten Polizeistationen? Komm her, wir haben so ein riesiges Heus in der Stadt. Hä, läuft das hinter uns. Er ist erst weg. Noll, die sind gerade voll weggepackt. BTF. Wo sind die? Die sind einfach weggepackt gerade. Die sind jetzt vor uns wieder. Noll. Alter, war das gerade beschissen. Hä? Wieso fährst du nicht mehr? Ich konnte gerade nicht fahren. Alter, voll der D-Sing. Das ist ja mal übelst unfair gewesen gerade. Die war die ganze Zeit vor mir und dann war er flupp hinter mir. Ja, bei mir auch. Werd ich schon im Pio-Goff? Nein. Auf einmal war ich hinter uns, was ich war, okay. Weiß mal, so richtig unfair. Ja. Beschwer dich nicht, ja. Ich bin ausgestiegen, in die Luft geschleidert und... Ja, ich wollte nicht auf der anderen Seite. Da war so eine riesige Lücke. Der stand da. Ich habe den ja schon mal... Wenn er mich noch mal neu positioniert hat, dann war auf der anderen Seite eine Lücke. Alter, der Hunter geht einfach nicht kaputt, ey. Das hätte ich einfach weiter. Ich habe Georg die ganze Zeit gerammt und dann ist auf einmal auch auf der richtigen Seite wieder gelandet. Der weiß, oder? Ja, der weiß, oder? Ich bin die Scheiße. Wir sind draußen. Ja, wir sind draußen. Sack, Junge! Stürb, Hunter, stürb! Wo sind die jetzt? Das war aber klar. Ich habe ihn geblieben, ehrlich. Ehrlich. Hier, Freiner, kleine Schilder. Bin ich bis jetzt der Einzige, der am Back gestorben ist? Also, der gestorben ist? Super! Aber ich wusste nicht, wie ich an der Polizeistation. Geil. Ich schraube den Handlein, der geht nicht nach unten, was ist das? Ey, die sind schon lange an der Polizeistation vorbei. Ich habe einen, der nicht geblieben. Ich wollte nur irgendwo hin, nach Börghaus. Los, dre dich rein, los! Dreh dich! Die waren zur Zentralen Bank, glaube ich. Ja! Ja, nein! Ja, die fahren zur Zentralen Bank. Da oben, über dir ist der Hanukkah. Da, da oben, da! Wenn du das machst. Das ist die Karte! Ja! Nein! Ja! Ich habe ihn! Ja, die haben es geschafft! Nein, der schießt doch bitte! Ich bin für mich! Leute, das ist unmöglich, so ein kaputt zu machen. Was? Der Hunter steht wieder? Was soll denn Karte? Ey, Karte, geh weg! Ja, Alter! Vor allen Dingen, ne? Der rammt uns einfach mal voll geschmeidig von der Straße runter. Ja! Wir können nichts dagegen machen, ey! Guck dir das an, der Hunter nicht ausgestimmt! Und er fährt dann volle Kanne gegen den Haus, und er fährt einfach locker weiter. Stopp! Alter! Die Linie! Warte, jetzt, jetzt! Ja, sie haben es geschafft! Gott, die lebt! Warte, jetzt hätten ich lieber. Naja, jetzt suchst du mir lieber zu. Da ist, da ist doch der Hunter! Da ist er, da ist er, da ist er, da! Ja, Leute! Gehen sie zu weit? Ich habe keine Ahnung, ob das noch weitergeht. Ja, klar! Ich bin hier jetzt bei der Zentralbank mit meinem Kammel gehört, und wenn ich jetzt noch geschützt bin, bin ich groß. Es ist unmöglich! Unmöglich! Ich glaube, da ist der Präsident drinne! Ich bin mir nicht sicher. Erdenreifenkammel, erdenreifenkammel! Ey, geht das? Ey, geht das? Hallo! Ich dachte, das wäre zu Ende, du F***se! Ich bin auch tot. Time-World! Ich dachte, das wäre zu Ende! Er hat keine Reifen mehr, Leute! Hallo Time-World! Ich dachte, das wäre zu Ende! Hallo Time-World! Ich dachte, das wäre zu Ende! Ja! Ich bin auch tot! Ich bin tot! Ich hätte ihn einfach überfahren müssen! Ja! Mein Hanna ist offen! Äh, meine, Ifrit nimm ihn hier! Ist unmöglich! Ifrit nimm ihn hier! Hätte ich euch aber davor schon sagen können! Das brauchen wir nie wieder machen mit diesem Ding mit Rantor! Wo soll ich spawnen eigentlich? Das hat nämlich einen totalen Nachteil! Wir sind zwar schneller, aber, ähm, wir können da nix eben machen! Aber wir können ja auch nicht vorbeiziehen, weil dann... Wir dürfen nicht nachspawnen, ne? Ja, ich bin jetzt nachgespawnt und mach was anderes! Ja, ich bin wieder drin! Ja, Moment, welches Ruf hat ihr euch? Ja, ich bin bei euch! Wieso fliege ich mal zum Reinen aus dem Posten? Alter, voll die Scheiße! Was denn das hier ist grad für ne Scheiße gewesen? Ich dachte, das wäre zu Ende! Dann klamm ich links noch ab! Ne, ne! Das war noch nicht drin! Ja, die sind doch da gewesen! Was sollten wir denn noch machen? Ja, trotzdem versuchen! Ich meine, wir leben ja jetzt mal! Achso, ja, die verteidigen jetzt noch! Ja, wir sind eh nur noch zwei Leute! Na komm, wollen wir fragen, ob wir einen neuen Einsatz machen? Ähm, ich hab keinen Bock! Mein Ex-Verteidiger ist super! Super! Ich schieße den! Geil! Wir sind wirklich die Verbindung von uns verbrochen! Nein, 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 ich bin... Ich bin abseits von der Zentralbank! Da, ich fiesern sie von den Abknallpolis gegen die Regeln! Ja, wie, meine Lieben! Ich hatte grad ein DC! Wer kommt da? Hey, wer kommt da, neu gespawnt? Ja, wer kommt da, neu gespawnt? Ja, da sind zwei Polis drinne! Ich bin ganz oben! Ich darf aber nicht! Ja, da ist einer von uns mit ner Waffe! Ja... Darf ich aber nicht! Ne, ne, der eine, der hatte keine Rebellenklamotten an! Der hatte nur ne Waffe! Also leben noch drei von uns! Meint ja so! Ich spawne jetzt einfach Pürger aus und guck einfach zu! Ich vergotze auch mit dem Ausdursten! Wieso hab ich jetzt noch eine scheißverdammte Mission und meine Brille? Wahrscheinlich, weil du verdurstet bist! Nein! Timebird hat mich ja erschossen! Pass auf! Ey, wieso Timebird? Ich dachte, der wäre ADAC! Ja, aber der hat jetzt bei den Bullen ausgeholfen! Der ist aus Security! Ne, da war sozusagen der Secret Service! Okay, die sind doch nach oben! Die sind doch nach oben! Da sind richtig viele drin! Die sind doch... Du warst schon im richtigen Gebäude! Der hat grad wieder hochgelinsen! Du warst... Nein, nein, ich bin nur in keinem Gebäude! Ich bin abseits von den drei Gebäuden! Wow, die schießen auf mich! Ey, jetzt hatte ich dieses Ding! Und jetzt ist... Brian hat mir grad ne Nachricht geschrieben, dass er gegen drei Leute kämpfen muss! Hä? Achso, ich musste gegen drei kämpfen! Ja, ist tot! Alter, Brian ist doch tot! Ja, er hat mir... Er hat einmal auf mich geschossen, ich war sofort tot! Auf mich hat er einmal geschossen! Einer kommt runter! Nein, nein! Von dem Gebäude, wo du gerade drin warst! Was? Ich schieß drauf! Ich schieß! Äh, Daniel, warum wurdest du schon wieder getötet? Ich hab... Ich bin jetzt grad respawned, weil... Weil ich hatte keine Karte mehr und so! Ich weiß es nicht! Ja, dann bist du doch... äh... Dann bist du... äh... Dann bist du... äh... Dehidoliert! Okay, okay! Da geht wieder hoch! Timebird hat mich erschossen! Ja, aber dann bist du wahrscheinlich reconnected, wo du noch nicht respawnen konntest! Weißt du, da ist immer dieser Countdown, wenn man während des Countdowns lief... Spaut man halt unter sowas! Ja... Ja, ich kann da ja nix für! Ja, ist ja nicht schlimm! Ja, kannst du auch nicht! Oh... Voll die scheiße, jaaa... Ach, er ist mal schön in der Pankgestur! Ach, ne, scheiße! Stimmt! Hast du kein Erste-Hilfe-Kit? Also, schon öfters gehalt... He, können wir uns jetzt nicht einfach zur Teilpunks treffen und sagen, Gut, Fettios, ihr habt gewonnen! Nee, nee, wir sind ja noch da... wir sind ja noch zu dritt! Wir leben jetzt noch alles! Ich für Evergaming, und wer noch... einer lebt noch! Nein! Nein, nur ihr beide. Ja, das bin ich. Ich darf aber nicht schießen. Ah, ah, okay. Es gibt halt nur einen Eingang. Irgendwie habe ich... Da sind richtig viele Kopf drinne. Habt ihr euch eigentlich den Convoy auch so anders vorgestellt? Ja. Soll ich mal nach oben wenden und gucken, wer da noch alles ist? Ey, weißt du was? Ich gehe jetzt in den Turm. Ich gehe jetzt in den Turm. Komm mal auf meine Seite. Von da auf kannst du ideal... Nein, nein, ich gehe in den Turm. Epiglut, 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 Epiglut. Ich habe nur so ein Sting. Oh, wo bist du gerade? Es wird Zeit, dass wir den Strider bekommen. Na, mit dem Hunter können wir eigentlich gar nicht mithalten. Das ist für den Arsch. Das werden überfahren wäre echt unfair. Ja, guck mal. Der Hunter fährt gegen uns. Wir fliegen erstmal sau weg und überschlagen uns zigtausendmal. Ja, hab ich mir alles gedacht. Eigentlich müsste ich nur mein zweites Leben haben. Ja, das waren die einzigsten. Nein, nein, da oben ist keiner. Ich sehe hier keiner. Könnt ihr ihr sagen, wo einer ist? Der ist ähm in der nächsten Etage über dir. Ist genau einer in der Ecke. Ich sehe hier gar nicht. Ich habe hier gerade einen Opfer neben mir. Das heißt, aber wie Ding-Jung. Der ist nervt. Der trollt die ganze Zeit. Schieß den einfach ab. Ich glaube, ich habe Thorsten dort getroffen. Ja, ich kann den Hunter hier klauen, ne? Ne, ne, Thorsten ist nicht tot. Der ist nicht tot. Warte auf. Daniel. Hä, welcher Hunter? Daniel. Was ist denn, Yannick? Du darfst da nicht eingreifen, ne? Versuchen wir's. Ne, ich habe ja keine Waffe oder so. Ja, also ich meine, mit Hunter-Clown darfst du nicht. Ich will ja mein Hummingbird, aber der ist ja ja abgeschlossen. Und ich habe die Schüsse nicht mehr wegen Deasing. Holy Scheiße. Du hast nur drei HP, also du solltest lieber nicht hochgehen. Ich sehe einen, ich sehe einen. 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 Also ich weiß nicht, wer das ist. Yannick, wo bist du jetzt? Ich bin nur im Präsidentenviertel. Sag mir doch, was die alle so anders sind. Vielleicht hätten wir den, äh, hier Efrid von denen noch bekommen gehabt. Wären die nicht auf einmal wieder hinter uns gewesen. Also aber das war grad, das war vorhin wirklich scheiße bei dem Hunter, der hat auf einmal, keine Ahnung, bei mir hat das auf einmal gelackt und dann war ich auf einmal über Kopf. Weiß nicht und wer fand, dass er auf einmal hinter uns war. Die war an die ganze Zeit vorhin neben ihm und dann war er weg. Die waren gerade da vorhin und die zu ran und auf einmal pfloppt. Nein, da sitzt noch jemand in den Hunter drinne. In den, in den hier in Dings. Den kriegst du da nicht rausgeschossen. Vorderzentralbank, oder was? Nein, äh, da wo, oh Gott. Gott, wo war'n das, hier hinten? Da war wer dabei? So ist Spaznews-1. Hä? Lebt uns noch. Nur noch vier Minuten, was ist denn in vier Minuten? Vier Minuten sollten die das verteidigen. Einnig er gert süßt. Vier, du, du! Wann, du, du? Weißt du? Látendis, du, du! Halldde sagði, du! Og er, du!